Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei den Grafen Bernadotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler, unter all ausgerechnet Himmler, der treueste Betreu. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Göring, ja. Er war korrupt, immer schon. Speyer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Künstler. All die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler, ja, ist der Fett wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank! Ja, vielleicht schon dort! Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein. Und holen Sie mir, Fegelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort sein Bericht! Zieh bitte! Du kannst doch bitte! Du kannst doch bitte! Vielen Dank.